Hallo und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. So, wir sind anscheinend immer noch im Gebiet des legendären Tiers, auch wenn ich gerade sein Häufchen nicht sehe. Wir schauen einfach mal, ob wir diesen Wolf nicht aufspüren können. Am besten, wir sind ja eh schon bewaffnet. Mein anderes Pferd habe ich wieder verloren. Ist vielleicht im Stall, obwohl... Ein Vapiti, sogar ein guter, hätte ein toter. So, aber schlecht war er nicht. Wir nutzen das, um Wölfe anzulocken. Oder um unsere Fleischbestandteile ein bisschen nach oben zu bringen. Alles gut. Ah, der Geysir sprudelt nur. Die dampfen nicht nur, sondern der... Boah. Erschreckt mich doch nicht so, Kamera. So, hier wird nichts verschwendet. Die Hörner nehmen wir auch mit. Ah, ein perfektes Vapiti-Fell. Rauf mit dir. So, hier irgendwo in der Nähe war doch ein... ...Klackehäufchen von einem Wolf. Habe ich die jetzt vertrieben? Ich bin doch im Gebiet des legendieren... ...ja, da irgendwo. Einfach eine fantastische Gegend. Die Geysire hatte ich echt nicht mehr auf dem Schirm. Komm schon. Ich will doch nur einen Wolf fangen. Ah, da braucht man vielleicht auch ein zweites Pferd, weil so kriegt man den ja nicht unbedingt drauf. Weil es da schon wieder verendet. Auch ein Vapiti. Nee, das ist kleiner. Wolfs Überreste sehe ich noch nicht. Wer hat die Steine denn so geschichtet? Jemand die Geysire zuge... ...zugelegt? Kann ja auch nicht sein. Unbekanntes Tier? Nee, das hilft mir nicht. Ich brauche wieder so glitzrige... ...Goldzeug-Ding. Vielleicht ist der Wolf gerade auch weggelaufen, weil... ...hat Schüsse gehört. Hat richtig Angst vor mir. Ich hole mal eine gute Waffe raus. Da ist doch ein Wolf. Das sind mehrere. Und da... ...er von euch ist legendär. Der ist sehr gut. So, da hinten sind andere Wölfel. Alles gut. Halt mal kurz die Pfoten. Ein weniger. Oh, sein Kumpel interessiert das gar nicht. Zwei weniger. Drei weniger. Ja, ich gut gemacht. Schlimmstich vorbei. So, dann schauen wir mal nach. Nicht, dass die Mutter von denen irgendwie so... ...legendär ist und wir die jetzt richtig, richtig sauer gemacht haben. Sieht auf jeden Fall nach Unwetter gerade aus. Ist da was Goldnes? Nee, das ist nur der Rand von dem... ...von der 41, ja? Ich dachte, wir haben eventuell Glück. Kann natürlich auch sein, dass wir später wiederkommen müssen. Boah, sieht das geil aus hier. Noch ein Vapiti. Aber kein richtig gutes. Wäre eh Verschwendung. Ich kann es ja nicht aufnehmen. Ich bin ein bisschen irritiert, dass hier tatsächlich... ...grad nicht angezeigt wird, dass ich im Bereich vom legendären Tier bin. Vielleicht muss man da echt von anders wiederkommen. So. Man dachte, die wären immer hier, wenn man denn nicht... ...nix doofes anstellt und die einmal tötet. Weil sind sie einmal getötet, sind sie tot. Nur voll unrealistisch. Oh, ich bin ein legendärer Wolf. Das ist der Paarungsruf von denen. Ne, ich seh nix. Dann können wir weiter reiten. Müssen wir mal anders wieder herkommen. Der wird bestimmt spawnen. Ich wollte jetzt... Äh, halt doch an. Halt doch an. So. Dann wollen wir da unten durchreiten. Na, ich höre Geräusch. Wer macht Geräusch? Warum Geräusch? Da ist auf jeden Fall ein Fuchs. Ich hab noch ein interessantes... Oh. So zu zielen macht keinen Sinn. Ich hab ein interessantes Haus gesehen. Deswegen hab ich mich nochmal in der Richtung umentschieden. Ach, das ist Fort Wallace oder was das ist? Können wir mal kurz auf die Karte schauen. Den mach mal weg. Ja, Fort Wallace. Glaubt, die mögen da keine Outlaws, die mit Waffen vorbeireiten. Gut, das ist auf jeden Fall. Gutes Pferd. Das gibt ein Unwetter. Jetzt kommt das Spiel wieder mit der genialsten Lichtstimmung, die ich gesehen habe. So, da ist ein Camp. Hoffentlich von reichen Leuten. Aber reiche Leute sind selten in Camps. Ja, ist ja gut. Bin ja schon verschwommen. Mensch, die Leute sind hier im Wilden Westen aber echt unentspannt. Frag mich, woran das liegt. Vielleicht an der hohen Kriminalität. So, haben wir noch irgendwas in der Nähe. Wir sind gerade eigentlich in der richtigen Stellung, Position, um Holz für diesen einen Bauherrn da aufzutreiben. Das war irgendwo... Ja, Indian Reservation. Glaubt nicht unbedingt. Wir gehen trotzdem mal da oben hin. Vielleicht haben wir Glück und finden trotzdem... Oder finden jetzt den Wolf, aber ich glaub's nicht. Aber wenn wir schon mal hier sind... Doch, legendärer Wolf. Jetzt kam die Meldung, jetzt müsste irgendwo ein Häufchen auftauchen. Dass mich hoffentlich was erkennen lässt. Uh. Pferd ist ganz nervös. Warum? Hab doch alle Wölfe erschossen. Da hinten ist es. Nee, das ist nur... Das war nur die Sonne. Komm schon, gib mir einen Hinweis. Da ist der Hinweis. Na also. Kurz wegreiten und wieder herreiten hat was gebracht. So. Ja, das ist scheiße. So. Wie ein Jäger, der gleich zum Gejagten wird. Weil Wolf ist nicht so lieb. So, was haben wir denn hier? Fell. Das gefällt mir nicht. Und wie nahe ist er? Ah. So, der fährt er was mal entlang. Vielleicht hinten ist der nächste Hinweis. Irgendwo. Ah. Ein halb gegessenes Kaninchen. Anscheinend hat er keinen großen Hunger. Da ist er doch. Hat mir das jetzt, äh, schwieriger vorgestellt. Wie gegen den Bären. Einen richtig großen Wolf. Oh, der war ja... Der war ja nur so mittel. Der ist definitiv nicht. So, jetzt habe ich... Na? Diese Zwischensequenz. Okay. Kann man das einfach rauflegen? Hm, ja. Verstauen. Dann könnte man den legendären Wolf. Wäre der was wert? Ich glaube nicht. Boah. Wo ist er hin? Ja, ist er. Wolfsfleisch ist nicht so viel wert. Austauschen. Ja, tauscht man das mal aus. Schauen wir mal, ob man einen guten Preis dafür bekommt. Weiß allerdings nicht, wo da oben. Weiß nicht, ob man da was verkaufen können. Und so lange hält das nicht. Wo ist denn Valentine? Äh, hier ist es. Müsste eigentlich wieder freigegeben sein. Na gut, schauen wir mal, ob man das verkauft bekommt. Hoffentlich mehr als für zwei Dollar. Und bevor er verwest, ist ja gut. Was war da hinten, was so leuchtet? Ist egal. Der, das Leben des Wolfs ist limitiert. Und der Tod auch. Also zumindest der Zeitraum, in dem wir einen guten Preis dafür irgendwie verlangen können. Vielleicht ist es einfach Fort Wallace, was da so schön leuchtet. Dann bin ich zweimal vom selben Ding. Nee, das ist ein bisschen was anderes. Vermute ich zumindest. Der Winkel war jetzt nicht ideal, aber sah aus wie ein normales Haus. Äh, sicher mit der Routenplanung, Siri? Ja, hat vielleicht nicht Siri geplant. Und Google garantiert auch nicht. Irgendwie bingen Maps oder so. Entschuldigung, bin wieder über irgendwas geritten. Weiß nicht, was mich da geritten hat. Das würde sich mein Pferd die ganze Zeit denken. Sehr gut. Sobald wir in Valentine sind, kriegst du wieder eine ordentliche Mahlzeit. So dass ich deine Kerne erholen. Würde ich jetzt einfach mal... Dann muss ich mal helfen. Mist. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Das hat wie ein Mistkerl gewirkt. Haben wieder was Gutes getan. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Das ist auch ein cooles Pferd. Was ist das denn für eine... Standard-Lichtfuchs morgen. Alles gut. Will dir nur eine Last abnehmen. Ja. Vorsicht, Pferd. Ich kann dich leider nicht mitnehmen. Ich habe einen legendären Wolf im Gepäck. Boah, ein Glück haben wir die noch gerettet. Es gibt echt kranke Menschen. Ja, das wollte ich gerade aussagen. So hat er wenigstens Geld gehabt. Wahrscheinlich nicht. Ah, sie hat ihr Pferd wiedergefunden. Wunderbar. So, paar Hirschchen. Und auf nach Valentine. Ich hoffe, Luftfliegen zu reiten. Geht auf. Das ist auch ein cooles Haus. Was ist das denn für coole Häuser? Oder ist das die Farm, die wir ausgeraubt haben? Sieht aus wie ein anderer Hof. Lass mal den noch mal kurz in Ruhe. Wir wissen ja, dass er jetzt hier ist. Das mit dem Wolf würde mich schon interessieren. Weil der Bär war definitiv zu groß zum Mitnehmen. Aber ich bin Wolf. Das ist doch super Handgepäck. Würde ich auch ins Flugzeug mitnehmen. Hey, da unten ist sie ja wieder. Die Welt ist klein. Was? Halt dich vor büchen Männern fern. Ich glaube, die wird ab jetzt auch den Bären bevorzugen. Oh, wir sind ja gleich in Valentine. Wir sind in Valentine. Jetzt hat der Scheiß-Metzger aber nicht mehr auf. Ich bin gerade desorientiert. Also eine weiter hätte man hingemusst. Geht euch ja allen wieder gut. Lauter neue Gesichter hier. Der ist gerade leider nicht da. Normalerweise können wir einfach kurz... Der ist doch da. Oh, der ist verletzt. Und du hast sie ja nicht offen. Na gut. Die Arbeitszeiten von den Leuten muss man respektieren. Dann würde ich sagen, wir schlagen kurz ein Camp auf und warten bis zum nächsten Morgen. Also nicht bis zum nächsten Pferd, sondern tatsächlich nur bis es wieder hell wird. Ich bin doch in der Wildnis. Wilder geht hier gar nicht mehr. Ach, das zählt jetzt. Wie hier irgendwas passiert mit dem legendären Wolf. Äh, schlafen... Vier Stunden. Vier Stunden. Sehr gut. Sehr schön, sehr schön. Ausgeruht. Und hoffentlich ist der Wolf noch da. Hoffentlich ist der Metzger da und macht nicht erst in zwei Stunden auf. Okay, dann kriege ich fünf Dollar für all meine Mühen hier. Hätte ich dann lieber das Wapiti-Wapiti-Ding behalten sollen. Ah, laut meiner Anzeige hat er offen. Oh, du musst dich überraschend sein, dass ich nicht so schnell runtergehe. Was? Du bist dran, dass ich mich nicht so schnell runtergehe. Und du bist dran, dass ich mich wieder überraschend bin. Keine Sorge. Nur ein, zwei Mal noch. Wo ist denn der Wolf? Wolf, 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 Wolf. Wieso will er den nicht kaufen? Wer? 23 Dollar. Warum? Premium-Kondition. Na, scheiße. Großwildfleisch. Waschbärenfell perfekt, behalt mal. Puma-Reißsahn behalt mal. Gesalzenes Rindfleisch, weg damit. Rotfloschenhecht, das war der ganz Lütte. Forelle, weg damit. Intenfieder, braucht man vielleicht noch. Kleinwildfleisch, weg damit. Wolfsherz braucht man bestimmt, um irgendwas zu craften. Wer kauft jetzt den scheiß Wolf? Woll ich den in meinem Camp geben, zum einen Eintopf tun? Aber Wolf schmeckt doch so scheiße. Ich habe meinem Pferd eigentlich versprochen gehabt, das wird richtig gut durchgepflegt. Ist jetzt nicht der Fall. Vielleicht kann man den bei der Emerald Ranch, bei dem Metzger, verkaufen. Nimmt der den? Fragen schadet ihr nicht. Fragen schadet ihr nicht. Vielleicht entdeckt man auch noch eine schöne Kutsche. Oh, der schöne Pferde. Das war auch gar nicht so schlicht. Was ist da unten denn los? Nichts? Okay. Ja. Aber die parken da halt. Was schuld? Also so lukrativ sind die Züge doch, glaub nie, gewesen. Vor allem kriegt man sofort ein Fahndungslevel. Was ich persönlich dämlich finde. Vor allem, wenn man das mitten in der Pampa macht. Da können sie ja nochmal nacharbeiten. Ja, da beschwert ich mein Pferd. Da sind wieder Geier. Geier deuten meistens darauf hin, dass irgendwo eine Leiche ist. Oder ein verwesendes Tier. Keine Ahnung. Manchmal ganz interessant, denen zu folgen. Manchmal auch nicht. Ah, wir sind ja bald bei der Emma-Range. Ihr seid nette Jungs. Ihr wollt nicht ausgerockt werden, oder? Und der sah zumindest relativ dreckig aus. Ne, das sind Bauernburschen. Da kann ich nicht das große Geld erwarten. Er sitzt immer noch da. Vielleicht sollten wir mal mit ihm reden. Vielleicht ist ihm der Arsch eingeschlafen. Ja, ist ja gut. Oh, so wenig Ausdauer hast du. Sollte echt aufpassen, wie ich die zureite. Hier, nimm mal eine Möhre. Wenn man die vorne reinsteckt, macht das Pferd angenehmere Geräusche. Und ist dann auch noch wohl genähert. Wir müssen eh noch zu Seamus mal wieder ein bisschen Dynamit auffüllen. Kämpfe ich gerne inzwischen damit. Macht echt Spaß. Ja, das ist ein Pferd. Ganz richtig. War hier nicht irgendwo ein Metzger? Ach, der war in Rhodes. Vorsichtig. Entschuldigung. Ich entschuldige mich für das Verhalten meines Pferdes. Vielleicht kauft du ein Seamus. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Servus. Verkaufen. Sieht nicht so aus, als wäre im Fleischgeschäft. Aber im Schmuckgeschäft. Alles verkaufen. Alles verkaufen. Von mir aus müsste es nicht so lange dauern. Minzsch haben wir wieder Kohlen. Ja, weg damit, weg damit. Und kaufen. Äh, gefunden auf der Straße. Dynamit. Und Bohnen. Teilweise das Gleiche. So, was macht man jetzt mit dem dämlichen Wolf? Nächste Stadt. Äh, ich wollte gerade nicht ins Tagebuch sehen. Aber danke fürs Angebot. Da war mal, glaube ich, Land... Land... Ah, kann ich nicht lesen. Ich erkenne das aber wieder. Hier haben wir Stelle. Und hier hätten wir Rhodes. Das ist die nächste Stadt in der Nähe des Camps. Wow. So weit ist die nicht entfernt. Ein bisschen schon, aber... Vielleicht haben wir wieder schöne Welt-Events. Oder Truhtähne, die wir jagen können. Oh, und nochmal ein richtig cooler Regenbogen da oben. Krass. Ist mir bis jetzt immer entgangen in Red Dead Redemption. Good girl. Müssen auch mal unbedingt hier was sinnvolleres zum Essen jagen. Wie ein Schaf oder so, das uns nicht gehört. Oder so eine schöne, fette Kuh. Das ist besonders einfach in der Nacht. Weil die liegt nur rum. Der Schuss darf halt niemanden wecken. Die sind da, die Bauern, nicht ganz einverstanden, wenn man einfach ihre Nutztiere für persönliche Bereicherung umschießt. Ich finde, die stellen sich an, aber... Na ja. Geben seine Meinung, was? Ist hier was drin in dem abgeranzten Schuppen? Easy, easy! Ja, ja, ganz easy, ganz easy. Ich sagte easy, Mann. Ist hier was drin im Minen-Card? Nein. Ah. Bin da irgendwie an die Taste gegangen. Okay, komm gerade an Tasten. Ich weiß nicht warum. Gleich, weil es spät ist. Anscheinend, weil ich es im Mausrad drehe. Untersuchen Bodendiele. Schöne Bodendiele. Broschüre für Spezial-Schlangen-Gift. Äh, Öl. Okay. Wow. Schauen wir nochmal hier. Könnte ja sein, dass Gold rumliegt. Haben sie einfach vergessen. Neu. Komm da nicht hin. Kein Gold für mich. Kein Gold für mich. Na gut, auf nach Rhodes, bevor der... Bevor der Wolf noch anfängt zu stinken. Oh. Da sind schon Fliegen rum. Also jetzt. Höchste Eisenbahn. Die verschwinden auch mit dem Flugwind wieder. So, ich glaube, ganz der... Den Schienen darf man nicht folgen. Sonst kommen wir noch ein anderes Gebiet. Und das sumpfige Areal. Und da rede ich ausnahmsweise mal nicht von meinem Hintern. Vor allem in der Sommerzeit. Mein Pferd war kurz nervös wegen einem Raubtier. Schau, wieder der Kräutertyp. Ja, mein Wolfherrgammelgrat. Ganz gut. Sehr gut. Sehr gut. Geht aus wie eine Karotte. Dankeschön. Dankeschön. Du auch? Davon habe ich doch schon so viel. Vorsichtig. Ach, ich mag den Blumenreiter da. So, wir sind aber ganz in der Nähe von Rhodes. Und so langsam wird Zeit. Arg viel länger. Sonst schmeißt man den Wolf zu den Krokodilen. Da werden die sich freuen. Da freue ich mich. Außer, dass mir 23 Dollar entgangen sind. Und man kann nicht alles haben, oder? Ah, da oben geht's doch nicht. Was ist denn los mit meinem Pferd? Kriegt immer irgendwie Kleinwild zwischen die Hufe. Das ist doch nicht normal. So, wo ist der örtliche Metzger? Der kann das hier noch als Kebab verkaufen. In zwei Wochen. Es ist kein Gammelfleisch, wenn jemand krank wurde. Da ist er ja, der gute Metzger. Wieso bist du so blutverschmiert? Ich würde gern Wolf loswerden. Geht nicht, schade. Ne, gut. Dann rauf. Zu den Krokodilen. Ja, ja, da gehen wir irgendwann anders hin. Ich glaube, dieselbe Nummer macht er noch ein paar Mal. So, was haben wir hier? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Uh, einen anderen Hehler. Der will aber meinen schönen Wolf auch nicht fressen. Ja, das werden die auch noch mal sagen. Schade. Hey, da unten läuft jemand seinem Pferd hinterher. Ich rette ihr Pferd, Mister. Ich glaube, da sehe ich gerade einen Raubüberfall. Aber wieso kann der so schnell rennen? Wir haben coole Sattel. Wo sind denn die Leutechen, die auf den Pferden saßen? Ja. Kann mir egal sein. Ich erfülle hier meine Bürgerpflicht, dass zumindest jemand was von dem Wolf noch hat. Ja, ich hier gut. Und abgelegt. So. Der wird bestimmt in den natürlichen Kreislauf jetzt noch gute Dienste jemandem erweisen. Mir leider nicht. 23 Dollar einfach so verschwendet. Was bist du für ein Gaul? Ein Tennessee Walker. Ja, sie ist auch ein bisschen zombiehaft aus. Und du bist ein Morgen. Da würde ich sagen, guten Morgen. So. Da sind noch mal Pferde. Ah, die knackten ein Safe für mich. Nehmen wir mal das richtige Rifle. In meinem Hammer wird es eh retauern. Das Krokodil verseuchte Wasser. Steh mal wieder auf. Da sind Krokodile. Das ist gefährlich, Mann. Ja. Die Fahr gebannt. Luchungs erkannt. Äh... Brieftasche nehmen. Oh, nur 20 Dollar. Noch mal 20 Dollar. Puh. Für 40 Dollar habe ich mir das gelabert hier angehört. Und ihr macht das gratis. Da ist der bessere Deal. So, wo ist denn der Krokodil-Heimi? Irgendwo da. Da war zumindest eine Taschenuhr. Und mehr ist eigentlich auch nicht wichtig. Die Taschenuhr eines Mannes verrät viel über ihn. Zumindest, ob er eine Taschenuhr hat oder nicht. Das kann ihm dann niemand mehr nehmen. Also die Taschenuhr schon, aber... Die Aussage, ob er eine besitzt oder nicht. So, ich glaube, dann gehen wir noch mal nach Rhodes rein. Oder gehen zurück zum Camp. Ist nämlich schon wieder ein bisschen Zeit vergangen in der Episode. Dann können wir gleich das Setup machen, dass wir in der Story weitergehen beim nächsten Mal. Oh, da ist noch was los. Oh. Alles gut bei euch? Muss ich den verfolgen? Wieso rennst du so schnell? Wo willst du denn? Du bist doch auch eine Wache. Ich verstehe manchmal was nicht. Ich verstehe es einfach nicht. So. Also ich habe immer mal wieder nach Bäume Traumfängern Ausschau gehalten. Ich sehe sie einfach nicht. Es gibt vor allem so viele Bäume. Okay, war das ein Schlachtfeld? Ja, sieht ein bisschen so aus. Sieht ein bisschen so aus. Nur nicht gegen diese Viele da reiten. Dann brauche ich tatsächlich ein neues Pferd. Und das willst du hier nicht in dein Notizbuch kritzeln. Arthur, du hast einen interessanten Geschmack. Oh, Muld mal dir lassen. Irgendwo noch was, was ich looten kann. Sieht per se nicht so aus. Ich glaube, hier haben sich auch viele Räuber eh schon rumgetrieben. Was losfährt. Klapperschlange. Wo ist sie? Wo ist sie? Oh, ich sehe nichts. Da hinten war ein Kaninchen. Glaubt nicht, dass es sich hier lohnt, so wie sich generell... Ich werde mal googeln wahrscheinlich. Oh, das könnte sich lohnen. Da ist jemand mit einer Waffe. Kommt raus. Der sich bei drei nicht traut, ist eine Taube Nuss. Ah, shit. Ich bin nicht gut gedeckt. Ich will dich auf dein Pferd, Mann. Mist. Weiß nicht, warum die extra aufs Pferd steigen. Waren das alle? Na gut. Mensch, wie steige ich denn diesmal ab? Ich glaube, ich konnte das Bauwerk gerade untersuchen. Lemoyni Raider. Ein Brief der Raider. Was wollen Sie mit dem Brief... Kann ich den nicht anzeigen? Erstmal untersuchen. Das Bauwerk ist dann wieder interessant genug. Nicht das Schlachtfeld. Kritzel, kritzel, kritzel. Ja, hat der schön gezeichnet. Hat der doch schön gezeichnet. Wollen wir auch hoffen, dass die noch ein bisschen mehr Loot hier haben. Und dann sollte man vielleicht mal den Brief lesen, bevor ich es vergesse. Jo, hier mit deinem Zeug rein ins Inventar. Wollen die... Nein, nicht wegpacken, lesen. Du solltest lesen. Äh, mit R. Ich will dir nur kurz aus Kansas mitteilen, dass... ...Lawrence, bla 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 bla... ...mehr Männer für unsere gute Sache, bla bla bla. Nichts Wichtiges. Keine Quest da, doch aufgeploppt. Ja, Arthur, lass mal... Lass mal hier gut sein mit dem... ...Rad der Verzweiflung. Äh, mit dem Waffenrad. Oben habe ich zumindest noch einen umgeschossen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Oh, das gute Zeug mal wieder oben gelassen. Hier reift der Piraten rum. Waffenöhe. Habt ihr sonst noch was? Nö. Schade eigentlich. Ich hätte Geld vertragen können. Nö, gut. Runter mit uns. Schauen wir noch mal hier. Aber ich fürchte. Die Lemoyne Raider sind nicht die reichesten Verbrecher. Und vor allem die, die ich jetzt umgeschossen habe. Das sind ganz arme Schweine. Nö, gut. Jaja, die Geier sind auch schon da. Ist ja gut, mein Gaul. Ist ja gut. Joach. Gut, mal stüttes. Sehr kommunikativ. Da ist noch ein verlassenes Gebäude. Da haben wir vielleicht noch Lootchancen. Oder hier im Kamin. Der Kamin wird nicht ohne Grund da sein. Oh, gut für die Ausdauer, dass ich hier renne. Ja. Nein, nur ein Zigarettenbild. Dann habe ich den Hund nicht schon. Komm schon. Ich will das große Geld machen. Ach, scheiße. Kein großes Geld für mich. Ich kriege nur kleines Geld und Hundebilder. Nicht die schlechtesten Bilder, aber trotzdem. Vielleicht gibt es hier auch wieder so ein loses... Ach, ich glaube nicht. Gibt es hier noch einen Kamin? Die Antwort lautet wahrscheinlich nicht. Wir können auch mal reinschauen, aber... Ich bezweifle, dass wir hier arg was finden. Äh. Loot muss man sich hier echt verdienen. Ist nicht das Schlechteste. Und die haben viel zu viele interessante Orte. Könnte mal viel mehr Loot verstecken. Äh. Darf ich da überhaupt rein? Ist egal, jetzt bin ich drin. Scheint ein offizieller Weg hier zu sein. Mehr oder weniger. Weiß bei Zäunen nie, ob ich reingehe oder rausgehe. Könnten auch das eingezäunte Gebiet jetzt endlich verlassen. Und die Leute in Ruhe lassen. Ah, hier wird die gute Baumwolle angepflanzt. Servus. Ich mach nur eure Ernte kurz kaputt. Ja. Äh. Ich lauf hier durch. Was glaubst du, was du hier tust? Anscheinend bin ich doch reingeritten in den Schlamasse. Mal wieder. Ich bin nicht überrascht. Irgendwo hier zum Camp. Oh, da ist glaub ich noch ein Überfall. Da ist zumindest eine Kutsche. Hm. Jungs, wie geht's euch? Sehr gut. Uh, da ist ein potenzieller Zeuge. Schnell looten. Kann es ja auf die Sträflinge hier schieben. Werde ich auch machen. Die haben die erschossen. Entwaffnet, dann erschossen. So, ein Dollar mehr für mich. Ein Dollar pro Mensch. War doch gar nicht so schlecht. Und das direkt vor dem neuen Camp. Dutch wird so stolz auf mich sein. Da ist es ja. So, aber dann würde ich tatsächlich sagen, reicht das schon für die Episode? Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich.